Herr Bulle im Porzellanladen. Pepper und ihre Familie machen einen Ausflug. Ich liebe unser Auto. Und unser Auto liebt uns. Stimmt doch. Stopp! Das sind Herr Bulle und seine Freunde. Bagger, Bagger. Schorsch liebt Bagger. Hallo Herr Bulle, was gibt's? Wir reißen die Straße auf. Dauert das lange? Das dauert so lange, wie es dauert. Leute, wir zertrümmern das alte Rohr. Herr Bulle ist gut im Zertrümmern. Boah. Tee Pause. Oh je, jetzt müssen wir alle noch länger warten. Setzt euch doch einfach zu uns, Mama Wutz. Es gibt genug Tee für alle. Das klingt verlockend. Danke, Herr Bulle. Sie haben aber eine schöne Teekanne, Herr Bulle. Ja, Pepper. Die ist aus ganz feinem Porzellan. Herr Bulle liebt ganz feines Porzellan. Mit solchem Porzellan muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Warum? Dieses feine Porzellan geht ganz leicht kaputt. Darum passe ich immer. Oh weh. Herr Bulle hat die Teekanne zertrümmert. Oh nein. Ich habe sie zu feste abgestellt. Ich habe einfach zu viel Kraft. Wir reparieren sie, Boss. Ich habe Cement. Ich habe eine Niedpistole. Das funktioniert nicht, Leute. Ich glaube, Frau Mümmel hat einen Porzellanladen. Die könnte sie kleben. Gute Idee, Mama Wutz. Wir gehen sofort los. Können wir auch mitkommen? Na klar, nur zu. Herr Bulle fährt zum Porzellanladen. Das ist Frau Mümmels Porzellanladen. Da wären wir. Hallo, wie kann ich helfen? Mu. Ah, ein Bulle im Porzellanladen. Hallo, Frau Mümmel. Ich habe meine Porzellankanne kaputt gemacht. Oh weh. Können Sie die reparieren? Muss ich mal gucken. Hm, die ist sehr zerbrochen. Ich habe sie zertrümmert. Ja, aber ich kriege das wieder hin. Oh super. Können wir helfen? Natürlich, Peppa. Oh, ja. Diese zwei Stücke hier passen zusammen. Die Teekanne zu reparieren ist ein bisschen wie ein Puzzlespiel. Gut gemacht, Peppa. Ich klebe die Stücke zusammen. Schorsch hat auch zwei passende Stücke gefunden. Gut gemacht, Schorsch. So, fast fertig. Nur noch der Deckel. Nur dieses eine komische Teil ist übrig. Wo kommt das bloß hin? Aber das ist doch der Henkel von der Teekanne, Frau Mümmel. Oh, tatsächlich. Ich kenne mich mit Teekanne nicht so gut aus. Die ist so gut wie neu. Vorsicht und nicht wieder zertrümmern. Oh, ich bin sehr gut im Sachen zertrümmern. Gut gemacht, Peppa. Danke fürs Teekanne kleben, Frau Mümmel. Aber gern, Herr Bulle. Oh. Guck mal, Boss, ein Schlagloch. In der Straße ist ein kleines Loch. Und ausgerechnet vor Frau Mümmels Laden. Kann das so bleiben? Ein Loch in der Straße vor Frau Mümmels Porzellanladen? Nein. Sie reparieren meine Teekanne und ich Ihre Straße. Das ist nicht meine Straße. Herr Bulle, wie wollen Sie es denn reparieren, das Straßenloch? Wir reißen die Straße auf. Herr Bulle reißt die Straße auf. Herr Bulle liebt es, die Straße aufzureißen. Alle lieben es, die Straße aufzureißen. Fast alle. Die neue Straße von Herrn Bulle. Peppa bringt ihren Goldfisch Goldi zur Untersuchung zum Tierarzt. Ich liebe diese Straße. Sie ist so wibbelig, wibwackelig. Goldi mag sie auch. Der Fisch im Glas schwimmt rundherum, rundherum, rundherum. Stopp! Das ist Herr Bulle. Was machen Sie hier, Herr Bulle? Wir reißen hier die alte Straße auf und erneuern die Fahrbahn. Wird sie denn auch so wibbelig, wackelig wie die alte Straße war? Nein, Peppa. Sie wird schön gerade. Also, wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich muss noch ein paar Kommandos geben. Und los jetzt, etwas mehr Tempo! Herr Bulle ist der Chef. Chefs geben gern Kommandos. Immer weiter so, Leute! Und wie bringen wir jetzt Goldi zum Tierarzt? Am besten laufen wir einfach hin. Peppa und Goldi sind bei der Praxis von Dr. Hamster angekommen. Dr. Hamster macht kranke Haustiere wieder gesund. Hallo, Dr. Hamster. Ich bringe Goldi zu ihrer Kontrolluntersuchung. Oh, sie ist topfit! War das schon die Kontrolle? Ja, aber sorge dafür, dass sie auch genügend Wasser trinkt. Oh, hallo, Herr Bulle! Hallo, Dr. Hamster! Wir bauen eine neue Straße. Entschuldigen Sie den Radau! Wie lang werden Sie brauchen? Ach, nicht so lang! Wir müssen nur dieses Haus hier abreißen! Sie können dieses Haus hier aber nicht abreißen! Nein, hierhin kommen kranke Tiere, um gesund zu werden! Wirklich? Ja, können Sie nicht die Straße stattdessen um das Haus herumbauen? Ums Haus herumbauen? Herum? Aber dann ist die Straße doch nicht gerade! Und eilige Leute haben keine Zeit, um etwas herumzufahren! Wenn es nicht drumherum geht, dann geht es vielleicht oben drüber! Nein, das wäre doch dumm! Und wie wäre es, wenn man unten drunter herfährt? Oh, ein Tunnel! Da hätten wir ganz schön was zu tun! Oh, da ist jemand an der Hintertür! Oh, hallo! Es ist der Bruder von Herrn Bulle! Hallo! Entschuldigen Sie den Lärm! Wir bauen eine neue Straße und müssen dafür dieses Haus hier abreißen! Dr. Hamsters Tierklinik steht genau da, wo die neue Straße entlangführen soll! Hallo zusammen! Herr Löffel ist der Straßenbauinspektor! Hm, ich höre gar kein Kommando, Herr Bulle! Warum wird nicht gearbeitet? Dieses Haus hier steht im Weg! Ich habe gesagt, Sie sollen einen Tunnel bauen! Ja, ein Tunnel wäre gut! Hm, ja, aber dann hätten wir ganz schön was zu tun! Sind Ihre Maschinen etwa nicht stark genug, um einen Tunnel zu graben? Was? Unsere Maschinen sind die stärksten Maschinen auf der ganzen Welt! Wir können einen Tunnel bauen! Ich grabe von dieser Seite! Und ich grabe von der anderen Seite! Und wir treffen uns in der Mitte! Hurra! Herr Bulle und sein Bruder graben einen Tunnel durch den Hügel! Stopp! Der Tunnel ist fertig! Und die neue Straße ist fertig! Hurra! Sie haben gute Arbeit geleistet, Herr Bulle! Herzlichen Glückwunsch! Ja, und jetzt können alle die vielbeschäftigten Leute schneller da ankommen, wo sie hinwollen! Die neue Straße ist so schick und gerade, dass sie von immer mehr Fahrzeugen benutzt wird! Äh, viel schneller ist man auf der Straße nicht! Hm, es benutzen viel mehr Leute die Straße, als wir geplant hatten! Wir brauchen eine größere Straße! Und, was wollen Sie dann jetzt tun? Es gibt nur eine Sache, die wir tun können, Pepper! Wir reißen die Straße auf! Pepper und Schorsch lieben es, wenn Herr Bulle die Straße aufgräbt! Alle lieben es, wenn Herr Bulle die Straße aufgräbt! Baggerland! Pepper und Schorsch fahren heute ins Baggerland! Bagger, Bagger! Schorsch mag Bagger! Und ich mag Bagger auch! Und heute dürft ihr auf großen, echten Baggern fahren! Boah! Da ist Mr. Kartoffel! Herzlich willkommen im Baggerlande! Hier werden eure Baggerfahrerträume wagen! Hier ist die Sandbaggerstation! Oh! Pepper und Schorsch, rauf mit euch! Mama und Papa Wutz, sie müssen strampeln! Oh! Also, ihr füllt jetzt diesen großen Eimer mit Sand! Das macht Spaß! Spaß! Sehr gute Arbeit, Kinder! Und jetzt drehen wir den Eimer um, klopfen obendrauf und voilà! Hurra! Peppa und Schorsch haben eine große Sandburg gebaut! Können wir zur nächsten Station gehen? Das ist die Gabelstablerstation! Stapelt die bunten Würfel zu einem Mauer! An die Arbeit, Mama! Jawohl, Peppa! Schneller strampeln, Mama! Ich strampel schon so schnell, wie ich kann, Peppa! Noch ein Würfel! Fertig! Eine echte Mauer! Schorsch fährt einen Abrissbagger! Mieee! Oh je, Schorsch hat Peppas Mauer abgerissen! Schorsch! Du freches Schweinchen! Hoho! Erst bauen wir die Mauer auf, dann reißen wir sie ab! So macht das Baggerland erst Spaß! Das ist ein Greifarmautomat! Was kann man denn damit machen? Ich hoffe, er funktioniert ohne strampeln! Mama und Papa Wutz! Bitte strampeln! Peppa und Schorsch, holt euch mit der Greifarm einen schönen Preis! Es gibt Mr. Kartoffel, Puppen und Dinosaurier zu gewinnen! Dinosaurier! Puppen und Dinosaurier! Puppen und Dinosaurier! Einverstanden, Schorsch! Wir angeln nach dem Dinosaurier! Mehr zu mir, Schorsch! Nein, nein! Da lang! Zurück! Zu mir! Runter! Hurra! Wir haben den Dinosaurier! Oh! Der Dinosaurier ist zu schwer für den Greifarm! Hohohoho! Versuch's doch mal! Oh nein! Jetzt haben wir eine Mr. Kartoffelpuppe! Die Mr. Kartoffelpuppe ist nicht zu schwer für den Greifarm! Da habt ihr aber Glück gehabt und ihr dürft sie behalten! Oh! Ohne das Beste ist, ihr habt euch jeder eine Baggerfahrermedaille verdient! Ihr seid der voll ausgebildete Baggerfahrer! Hurra! Danke für den Besuch im schönen Baggerlande! Hier werden eure Baggerfahrerträume wahr! Tschüss! Wiedersehen! Ich fand es im Baggerland ganz toll, weil wir da alleine Bagger fahren! Stopp! Es ist Herr Bulle! Was ist denn hier passiert, Herr Bulle? Wir bauen hier auf der Straße eine Backsteinmauer! Bagger, Bagger! Ähm, Herr Bulle? Dürfen wir mal mit Ihrem Bagger fahren? Oh, ich befürchte nein! Kinder können noch nicht Bagger fahren! Aber wir waren im Baggerland! Und wir haben Medaillen! Oh, das ist was anderes! An Bord mit euch! Also ich fahre den Bagger und ihr habt die wichtige Aufgabe, auf die Knöpfe zu drücken! Also dann los! Drückt auf den Knopf! Was? Auf den roten? Nein, auf den grünen! Der Bagger hat die neu gebaute Mauer abgerissen! Tut mir leid, Herr Bulle! Ha, 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 ha! Erst bauen wir die Mauer auf, dann reißen wir sie ab! So macht Baggern richtig Spaß! Peppa und Schorsch lieben Bagger! Alle lieben Bagger! Der Fallschirmsprung! Der Fallschirmsprung! Es regnet und das Schuldach ist undicht! Mal wieder! Muuu! Hab ich dieses Dach nicht letztens erst repariert, Madame Gazelle? Ja, Herr Bulle! Aber es macht immer noch dröppelti-dröpp-dröpp! Vermutlich ist ein gebrochener Dachziegel schuld! Vielleicht ist es ja dieser hier! Hört es jetzt auf zu tropfen? Nein, es tropft noch mehr! Vielleicht sind die Ziegel hier auch kaputt! Ist es jetzt besser? Also jetzt tropft es noch mehr! Hm, da ist ein Riesenloch in ihrem Dach! Das in Ordnung zu bringen, wird ganz schön viel Geld kosten! Auweia! Woher sollen wir denn das Geld nehmen, um schon wieder das Dach zu flicken? Mein Papa, der hat schon mal einen Fallschirmsprung gemacht für einen guten Zweck! Er ist runtergeschwebt und hat dafür eine Menge Geld gesammelt! Hurra! Gute Idee, Pedro! Nun also, wer glaubt, dass seine Mama oder Papa einen Fallschirmsprung machen möchte? Meine, 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 meine! Wir brauchen nur einen! Peppa und Schorsch kommen wieder nach Hause! Mama, das Schuldach ist undicht! Schon wieder! Tatsächlich, Liebes? Ja, Madame Gazelle sagt, die Reparatur kostet eine Menge Geld! Das kann ich mir vorstellen! Sie hat gefragt, ob eine Mama oder ein Papa aus einem Flugzeug springen würde! Ich hoffe, du hast nicht gesagt, dass Papa Wutz das machen würde! Du weißt, er hat Höhenangst! Aber du hast keine Höhenangst, oder, Mama? Ich hab da kein Problem! Gut! Oh, tausend Dank, Mama Wutz, dass Sie für uns aus dem Flugzeug springen würden! Was? Sowas hab ich noch nie gemacht! Es wird schon gehen! Denken Sie daran, es ist für die Kinder! Oh, wenn das so ist, tu ich es natürlich gern! Heute ist der Tag von Mama Wutz Fallschirmsprung! Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich das wirklich machen will! Ist alles für einen guten Zweck, Mama Wutz! Aber woher soll ich wissen, wie man aus einem Flugzeug springt? Keine Sorge, Sie bekommen vorher alles erklärt! Hallo, Mama Wutz! Herr Löffel ist der Fallschirmsprung-Trainer! Dies hier ist ein Fallschirm! Der hilft Ihnen, durch die Luft zu schweben, wenn Sie gesprungen sind! Sollte ich das mal üben? Was üben? Springen! Warum nicht? Sie sind ein Naturtalent! War das alles? Ja, Sie sind jetzt bestens trainiert! Hurra! Alle an Bord! Ich bin immer noch ein bisschen besorgt wegen dieses Sprungs, Papa Wutz! Wird schon werden, Mama Wutz! Ich begleite dich nach oben! Viel Glück, Mama! Keine Angst, Mama Wutz! Denk dran, du trägst doch einen Fallschirm! Ja, Papa Wutz! Oh, wir sind ja schon ziemlich hoch! Oh! Oh weh! Papa Wutz ist aus dem Flugzeug gefallen! Sie ist gesprungen! Oh nein! Das ist Papa Wutz! Warte auf mich, Papa Wutz! Mama Wutz ist gesprungen! Sie will Papa Wutz retten! Oh, sie hat ihn! Hurra! Hurra! Meine Mama ist die Beste! Danke, dass du mich rettest, Mama Wutz! Oh, Papa Wutz! Du rutschst mir weg! Herr Bulle hat das Dach fertig repariert! Wunderbare Arbeit! Das hält die nächsten Jahre! Ich kann dich nicht halten! Oh nein! Alles in Ordnung mit Papa Wutz? Alles gut! Gut! Sie müssen diesen Fallschirmsprung nämlich noch einmal machen! Was? Zum Geld sammeln, um dieses neue Loch im Dach zu reparieren! Oh, also gut! Ein Hoch auf Papa Wutz! Der Spielgruppenstern! Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe! Da! Fertig! Peppa, was hast du nur für ein wunderschönes Bild gemalt! Das bin ich mit Schorsch und Mama und Papa in unserem Haus! Aber wo seid ihr denn alle? Ich kann hier bloß ein Haus sehen! Wir sind alle innen im Haus drin! Aber natürlich! Es ist wirklich ein ganz wunderschönes Bild! Dafür gebe ich dir hier jetzt einen Spielgruppenstern! Boah! Dankeschön, Madame Gazelle! Zeit, nach Hause zu gehen! Die Eltern holen ihre Kinder von der Spielgruppe ab! Mama! Papa! Guck mal! Ich habe einen Spielgruppenstern! Das ist ja fantastisch, Peppa! Als ich noch ein kleines Schweinchen war, habe ich auch einmal einen Stern von Madame Gazelle bekommen! Vor langer Zeit, als Mama und Papa Wutz noch klein waren, war Madame Gazelle auch ihre Erzieherin! Dafür gibt es einen Spielgruppenstern! Ich war so glücklich! Hast du viele Spielgruppensterne bekommen, Mami? Oh ja! Papa! Hast du denn auch viele Spielgruppensterne bekommen? Äh, diese Zeit ist schon so lange vorbei! Ich erinnere mich kaum dran! Nein, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher! Du hast keinen bekommen! Du hast niemals einen Spielgruppenstern bekommen, Papa! Nein! Ich hatte nie einen Spielgruppenstern! Noch nicht mal einen ganz münzig kleinen! Nein! Nun denn, wie Papa Wutz schon sagte, ist das alles schon sehr lange her, Peppa! Und es ist auch ganz sicher nicht so wichtig! Was meinst du damit, Mami? Sie sind super wichtig! Habe ich recht, Papa? Äh, ja, Peppa! Bist du traurig, dass du nie einen Spielgruppenstern bekommen hast, Papa? Nun, ich habe in meinem Leben halt andere Dinge gemacht, auf die ich stolz sein kann! Und wenn du ein schönes Bild malst und es Madame Gazelle zeigst, kannst du vielleicht jetzt noch einen Stern dafür bekommen! Spielgruppensterne sind für Kinder, Peppa, und nicht für Erwachsene! Bitte! Das Dach ist schon repariert! Dankeschön, Herr Bulle! Das war wirklich eine ganz ausgezeichnete Arbeit! Hier, ein Spielgruppenstern! Oh, vielen herzlichen Dank! Guck, Papa! Herr Bulle bekommt einen Stern! Dabei ist er ein Erwachsener! Hm... Es ist Abend! Peppa und Schorsch gehen jetzt schlafen! Bist du noch traurig, weil du nie einen Spielgruppenstern bekommen hast, Papa? Weißt du was, Peppa? Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr scheint mir, ich sollte auch einen Stern haben! Warum? Weil ich immer schon gerne Sachen gebaut habe und ich habe ständig gezeichnet! Was war denn deine beste Zeichnung, Papa? Willst du sie gerne sehen? Ich glaube, sie muss hier noch irgendwo sein! Bestimmt ist sie oben auf dem Speicher! Ah, hier ist mein alter Schulranzen! Und hier ist meine Zeichnung! Wow! Es ist ein Drache! Er ist wirklich gut, Papa! Ja, ich war ganz zufrieden damit! Du hast aber keinen Stern bekommen! Nein! Hm, das ist traurig! Am nächsten Tag gehen Peppa und Schorsch in die Spielgruppe! Guck mal das hier, Luzi! Das ist so gemein, Peppa! Du bist so gut in Zeichnen! Das ist doch gar nicht meine Zeichnung! Die ist von meinem Papa! Oh, für einen Erwachsenen ist sie Mittel! Er hat sie vor langer Zeit gezeichnet, als er noch klein war! Ah! Peppa, hast du wieder ein schönes neues Bild gemalt? Nein, Madame Gazelle! Das ist die Zeichnung von meinem Papa! Ach ja, ich erinnere mich! Dein Vater hat gern und oft gezeichnet! Aber sie haben ihm nie einen Spielgruppenstern gegeben! Hierfür muss ich ihm einen gegeben haben! Haben sie aber nicht! Papa Wutz! Hierfür verdienen sie einen Spielgruppenstern! Oh, ho, ho! Ich war noch nie so stolz im Leben! Papa Wutz ist der Spielgruppenstar! Hurra auf Papa Wutz! Der verlorene Schlüssel! Peppa und ihre Familie haben einen herrlichen Ausflug in die Berge gemacht! Zeit für die Heimfahrt! Abmarsch ins Auto! Ich hoffe, dass sie die wunderschöne Aussicht hier genießen konnten! Danke für den Besuch! Schlüssel! Schlüssel! Nein, Schorsch! Mit dem Autoschlüssel kannst du nicht spielen! Sonst verlierst du ihn! Du spielst aber mit dem Autoschlüssel, Papa! Aber ich bin erwachsen und deshalb verliere ich ihn nicht! Oh je! Papa Wutz hat den Autoschlüssel in den Gully fallen lassen! Oh! Fertig! Und ab nach Hause! Ähm, das könnte vielleicht schwierig werden! Weshalb? Papa hat den Autoschlüssel in den Gully da fallen lassen! Oh! Papa Wutz! Nicht aufregen! Ich hole den Autoschlüssel wieder heraus mit diesem Stock! Hurra! Hm! Der Gully ist wohl tiefer, als ich gedacht habe! Der Stock ist zu kurz, um an den Schlüssel zu kommen! Was wir jetzt brauchen, ist eine Angelrute! Mit dem Haken können wir den Schlüssel rausfischen! Vielleicht verkauft Frau Mümmel ja Angeln! Äh, verkaufen Sie Angeln? Das tue ich allerdings! Ich weiß nicht warum! Hier in den Bergen können Sie eigentlich nicht fischen! Wir fischen auch keine Fische! Wir fischen nach Schlüsseln! Mein Papa hat den Autoschlüssel da in den Gully reinfallen lassen! Oh, den kriegt er da nie wieder raus! Der Gully ist wirklich tief! Wozu braucht man Gullis? Durch die Gullis fließt das Regenwasser ab und dann zum Meer! Die Angelleine ist nicht lang genug, um den Schlüssel zu erreichen! Oh je, Mine! Wie tief ist dieser Gully denn? Probieren wir mal aus, wie tief er ist! Mit diesem Stein! Gute Idee, Frau Mümmel! Wir können zählen, wie lange der Stein braucht, bis er ganz unten ist! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Das ist tief! Sag ich ja! Was können wir denn bloß tun? Da kommen Herr Bulle und seine Freunde! Bagger dran! Schorsch liebt Kräne und Bagger! Hallo alle zusammen! Hallo Herr Bulle! Willkommen an unserem schönen Aussichtspunkt! Sind Sie hier oben, um zu arbeiten? Nein! Wir haben heute frei! Deshalb können wir die schöne Aussicht von hier oben genießen! Schiff, man sieht Meilenwald! Ja, und das sieht schön aus! Ähm, Herr Bulle, dürfte ich mir vielleicht kurz Ihren Kran ausleihen? Wozu? Mein Papa hat den Autoschlüssel in den Gully reinfallen lassen! Ich verstehe! Ich hole den Schlüssel blitzschnell heraus! Hören Sie, Herr Rido! Bringen Sie den Kran! Zurückbleiben! Und abwärts! Was für ein Glück, dass Herr Bulle vorbeigekommen ist! Ja, endlich bekommen wir unseren Schlüssel wieder! Weiter geht es nicht, Chef! Herr Bulle ist der Chef! Haben Sie unseren Schlüssel gefunden? Nein! Hä? Der Kran reicht nicht tief genug! Was soll ich jetzt tun? Kein Problem! Wir reißen die Straße auf! Hurra! Herr Rino gräbt den Aussichtspunkt auf! Stopp! Was ist hier los? Wir wollten doch zum Aussichtspunkt! Ähm, Sie graben ihn gerade etwas auf! Dauert nicht lang! Mein Papa hat den Autoschlüssel in den Gully fallen lassen! Oh! Halt, Stopp! Halten! Hier ist der Schlüssel! Ich hab ihn gefunden! Hurra! Bitteschön! Dankeschön, Herr Bulle! Och nein, keine Ursache! Äh, wo ist der Aussichtspunkt hin? Der Aussichtspunkt des Berges ist jetzt ein großes Loch! Hier ist jetzt eine Höhle! Willkommen am Höhlen-Aussichtspunkt! Oh! Alles nur wegen meinem Papa! Ähm, und wegen Herrn Bulle! Ja! Ich bin der Beste im Löchergraben! Herr Bulle liebt es, Löcher zu graben! Alle lieben es, Löcher zu graben! Herr Bulle reißt die Straße auf! Es ist ein schöner, sonniger Tag! Peppa und ihre Familie machen einen Ausflug zum Spielplatz! Sind alle zur Abfahrt bereit? Ja, Papa Wutz! Dann geht's los! Wir fahren auf den Spielplatz! Wir fahren auf den Spielplatz! Peppa und Schorsch lieben es, auf den Spielplatz zu gehen! Oh, warum haben wir denn gestoppt? Da ist ein Verkehrsstau! Aber wie kommen wir denn jetzt zum Spielplatz? Keine Sorge, Schorsch! Die Autos fahren gleich wieder weiter! Stopp! Herr Bulle hält den Verkehr an! Wo ist das Problem, Herr Bulle? Muuu! Wir reißen jetzt die Straße auf! Das Wasser kommt ja aus dem Boden raus! Ja, um das zu reparieren, sind wir hier! Oh! Und dauert das denn lange? Es dauert genauso lang, wie es dauert! Bagger, Bagger! Schorsch liebt Bagger! Hier rüber, Herr Rieder! Okay, Boss! Herr Bulle ist der Boss! Herr Bulle, wo kommt das ganze Wasser eigentlich her? Das kommt aus einer kaputten Wasserleitung unter der Erde! Und wie reparieren Sie das? Wir reißen die Straße auf! Boah! Wir drehen das Wasser ab! Schorsch liebt Kräne! Wir holen das alte Rohr raus! Und setzen das neue Rohr ein! Danke, dass Sie uns alles erklärt haben, Herr Bulle! Muuu! Kein Problem! Wiedersehen! Bis später! Oh weh! Schorsch möchte gar nicht von Herrn Bulles Baustelle wegfahren! Wir wollen doch zum Spielplatz, Schorsch! Du kannst ja im Sandkasten auch Bagger und Kran spielen! Außerdem sehen wir Herrn Bulle bestimmt nochmal auf dem Heimweg! Peppa und ihre Familie sind beim Spielplatz angekommen! Hallo zusammen! Hallo, Peppa! Edmund Elefant und Linus Löffel spielen im Sandkasten! Kommt ihr Spinne in den Sandkasten? Oh ja! Stopp! Wo ist das Problem? Wir reißen jetzt die Straße auf! Und ich bin der Boss! Oh! Aber dauert das denn lange? Es dauert genau so lange, wie es dauert! Zuerst graben wir ein Loch! Dann schütten wir es wieder zu! Und schon ist die Straße fertig! Peppa! Schorsch! Zeit, nach Hause zu fahren! Oh weh! Schorsch möchte noch nicht nach Hause! Na komm schon, Schorsch! Auf dem Heimweg sehen wir nochmal, wie Herr Bulle die Straße aufreißt! Auf Wiedersehen zusammen! Wiedersehen, Peppa! Peppa und Schorsch freuen sich schon darauf, Herrn Bulle wiederzutreffen! Da wären wir! Herr Bulle ist nicht mehr da! Herr Bulle hat bestimmt schon Feierabend und ist zu Hause! Stopp! Oh, ist das Wasserrohr schon wieder kaputt? Nein, Peppa! Diesmal sind es kaputte Elektrizitätsleitungen! Und wie reparieren Sie Elektrikitätszeitungen? Wir reißen die Straße auf! Hurra! Peppa und Schorsch lieben es, wenn Herr Bulle die Straße aufreißt! Alle lieben es, wenn Herr Bulle die Straße aufreißt! Die Beule von Frau Löffel Peppa und Schorsch spielen mit Luzi Locke und Pedro Pony! Da kommen Luisa und Linus Löffel! Hallo Luisa! Ich hab ein Geheimnis! Was denn für eins? Meine Mama hat eine große Beule am Bauch! Oh! Hat sie zu viel gegessen? Nein, da ist ein Babykaninchen drin! Frau Löffel, haben Sie wirklich ein Babykaninchen im Bauch? Ja! Möchtest du es gern mal hören? Ja, klar! Na und, kannst du seinen Herzschlag hören? Ja, das kann ich! Es macht so bumm, bumm, bumm! Oh, es bewegt sich schon! Ja, manchmal treten einen Babys schon ein bisschen! Und wie heißt das Baby? Ich weiß es noch nicht! Wollt ihr euch vielleicht einen Namen ausdenken? Ja, gern! Guten Tag, Frau Löffel! Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Kaffee darf ich nicht trinken, aber ich habe ziemlich großen Hunger! Möchten Sie eine Karotte? Karotten mag ich gerade nicht! Haben Sie vielleicht Kartoffeln? Ja, natürlich! Eine Kartoffel mit Pudding und Käse und Erdbeerkompott, bitte! Eine Kartoffel mit Pudding, Käse und Erdbeerkompott? Was für eine merkwürdige Mischung! Wir müssen uns einen Namen für das Baby ausdenken! Ja, wenn es ein Mädchen wird, dann nennen wir es Elisabeth Löffel! Oder wie wäre es mit Lola Löffel? Lolita Löffel? Jennifer Löffel? Ich glaube, nein, er nicht, Pedro! Jennifer Löffel klingt doch nicht gut! Ich mag Lotte! Lotte Löffel! Ja, das klingt toll! Aber vielleicht ist das Baby ein Junge! Oh! Dann vielleicht... Lukas Löffel! Leander Löffel! Michael Löffel! Michael Löffel? Nein! Laurens Löffel! Ja, Laurens Löffel! Danke für die leckere Kartoffel mit Pudding, Käse und Erdbeerkompott, Frau Wutz! Gern geschehen! Wir haben einen Namen für das Baby! Lotte, falls es ein Mädchen ist und Laurens, falls es ein Junge ist! Das sind sehr schöne Namen! Schade, dass das Baby nicht beide Namen bekommen kann! Au! Oh, mein Bauch! Das kommt, weil du immer so komische Sachen isst! Das glaube ich nicht, Papa Löffel! Das Baby kommt jetzt! Oh wei! Auf ins Krankenhaus! Schnell Beeilung! Keine Panik! Tschüss! Tschüss! Viel Glück! Hast du alle Sachen eingeparkt? Ich hab an alles gedacht! Duftkerzen, Yoga-Musik, Kissen und genug zu essen für mindestens drei Tage! Keine Panik! Keine Panik! Hallo da drin! Wir bekommen ein Kaninchen! Hallo Schwester! Was machst du denn hier? Ich kriege ein Baby, weißt du noch? Oh ja! Dann komm mal besser mit! Kann ich denn auch mitkommen? Sie müssen bitte erst das Auto parken! Aber keine Sorge! Ein Baby zu bekommen braucht immer so viel Zeit! Alle Mann aus dem Weg! Meine Schwester bekommt ein Baby! Ein Teekessel und ein Haufen Handtücher! Das sollte ja wohl für einige Tage reichen! Wo soll der ganze Krempel hin? Zurück ins Auto! Wir brauchen ihn nicht mehr! Was? Papa! Jetzt hast du die Geburt verpasst! Wirklich? Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Beides! Wir haben nämlich Zwillinge! Oh toll! Am nächsten Tag ist Frau Löffel wieder zu Hause. Hallo! Können wir bitte die Zwillinge sehen? Ja, natürlich, Pepper! Oh! Sind es Jungen oder Mädchen? Na, beides! Ein Junge und ein Mädchen! Sie heißen Lotte und Laurenz! Also habt ihr doch beide Namen genommen? Ja! Lotte Löffel und Laurenz Löffel! Das sind die besten Namen der Welt. Und wir haben sie uns ausgedacht. Die Kartoffeltraumstadt. Pepper und ihre Familie fahren in die Kartoffeltraumstadt. Was ist die Kartoffeltraumstadt, Mama? Das ist ein Themenpark, Pepper, wo das grandiose Gemüse gefeiert wird. Das klingt aber ein bisschen langweilig. Das wird ein Spaß. Kartoffeltraumstadt, wir kommen. Wir sind da. Familie Wutz ist angekommen, an einem Kartoffelfeld. Ist das Kartoffeltraumstadt? Das muss es sein. Und mir scheint, wir kommen gerade richtig. Denn es ist nicht überfüllt. Bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind, Papa Wutz? Mir scheint, es ist ein ganz normaler Kartoffelacker. Entschuldigung, ist hier wohl Kartoffeltraumstadt? Nein, das da ist Kartoffeltraumstadt. Es ist nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Das ist fantastisch. Wie viele Eintrittskarten? Zwei Erwachsene und zwei Kinder, bitte, Frau Mümmel. Ganz schöner Betrieb heute. Betrieb? Nein. Für Kartoffeltraumstadt ist es heute eher ruhig. Ich wünsche euch viel Spaß. Auch Peppas Freunde sind heute in Kartoffeltraumstadt. Hallo alle zusammen. Hallo Pepper. Und da ist Mr. Kartoffel höchstpersönlich. Willkommen in Kartoffeltraumstadt, wo das grandiose Gemüse gefeiert wird. Oh. Seht, unser Gemüse wird groß. Lernt hier, wie uns Gemüse fit und gesund hält. Und erkundet das all mit der Kartoffelrakete. Pepper und ihre Freunde wollen mit der Kartoffelrakete fahren. Schorsch will auch mit. Bist du dir sicher, Schorsch? Es sieht ein bisschen hoch aus. Papa Wutz mag es nicht allzu hoch. Muuu. Beeil dich, Papa Wutz. Ich war da nicht hoch. Schorsch ist noch zu klein, um alleine mitzufahren. Oh. Also gut. Dann lass uns schnell fahren. Oh, ihr werdet allerdings schnell fahren. Schorsch hat seine Meinung geändert. Oh, armer Schorsch. Komm zu Mami. Ich steig dann auch mal schnell aus. Und abgestimmt. Viel Spaß, Papa Wutz. Oh. Es hat gestoppt. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Das ist himmlisch. Hui. Winten aufsteigen. Das war ein Spaß. Findest du nicht auch, Papa? Ja, ein toller Spaß. Mama, was ist das? Geh drumherum und steck deinen Kopf durch das Loch. Und was passiert dann? Luzi, jetzt bist du eine Tomate. Guckt, ich bin eine Möhre. Oh, ja. Und ich bin ein Kürbis. Puh. Willkommen im Dinosauriergarten. Oh. Begrüßt mit mir meine Dinosaurierfreunde. Ihr braucht keine Angst zu haben. Sie sind ja nicht echt. Aber sie haben ganz haargenau so ausgesehen, als sie zusammen die Erde bewohnt haben. Das stimmt nicht. Was? Der Triceratops lebte doch in der Kreidezeit. Der Stegosaurus dagegen im Jura. Sie haben nicht zusammen die Erde bewohnt. Woher weißt du das? Ich bin eben ein Schlauberger. Ich bin ein Schlauberger. Und nun denn, wer von euch möchte gerne reiten? Ich, ich. Warum gibt es überhaupt Dinosaurier in der Kartoffeltraumstadt? Ähm, Kartoffeln waren die Lieblingsspeise von Dinosauriern. Nein. Wie auch immer. Kinder lieben Dinosaurier. Sousier. Sousier. Grrrr. Auf geht's. Auf geht's. Hier kommt das Gemüsekarussell Schwingen Ding. Das Gemüsekarussell Schwingen Ding. Ich mag die Kartoffeltraumstadt. Man lernt hier Gemüse kennen. Und vor allem saß man darauf im Kreis herum. Yippie. Die Kartoffeltraumstadt, wo das grandiose Gemüse gefeiert wird. Recyceln. Herr Bulle, der Müllmann, leert die Mülltonne aus. Es ist früh am Morgen. Deshalb versucht Herr Bulle, so leise zu sein, wie er nur kann. Aber Herr Bulle ist nicht besonders gut im Leise sein. Pepper und Schorsch sind gerade mit dem Frühstück fertig. Was ist das für ein Lärm? Das ist Herr Bulle, der Müllmann. Hallo, Herr Bulle. Hallo zusammen. Muss wieder los. Haufenweise Müll zusammen. Tschüss. Herr Bulle hat unseren Mülleimer ausgeleert. Gut. Der Frühstückstisch muss abgeräumt werden. Können wir mithelfen, Mama? Ja, natürlich. Ich werfe diese leere Flasche in den Mülleimer. Pepper, stopp. Was ist? Wir werfen Flaschen nicht in den Mülleimer. Die kann man recyceln. Was bedeutet das? Alles, was wir nicht mehr gebrauchen können, werfen wir in den Mülleimer für Herrn Bulle. Aber all das, was man wiederverwerten kann, kommt in diese Sortierkörbe. Der rote ist für Zeitungen. Der blaue ist für Blechdosen. Und der grüne ist für Flaschen. Pepper, du hast eine Flasche. In welchen Korb kommt die also? Ähm, in den grünen. Ja. Das macht Spaß. Jetzt ist Schorsch dran. Findest du eine Zeitung für den roten Korb? Schorsch möchte Papa Wutz Zeitung recyceln. Hoho, ich bin aber noch nicht ganz fertig mit meiner Zeitung, Schorsch. Du kriegst die in einer Minute. Ist ja gut. Hier, bitte sehr, Schorsch. Zeitungen kommen in den roten Korb, Schorsch. Jetzt haben wir so viele Sachen gesammelt. Jetzt gehen wir zum Wertstoffhof. Hurra, auf geht's. Mama Wutz hat die Flaschen, Pepper hat die Blechdosen und Schorsch hat die Zeitungen. Sind alle soweit? Ja, Papa Wutz. Dann geht's los. Recyceln, recyceln, wir fahren recyceln. Blechdosen, Flaschen, Zeitungen. Recyceln, recyceln, wir fahren recyceln. Das ist der Wertstoffhof von Frau Mümmel. Wir sind da. Hurra. Hallo, ihr da. Hallo, Frau Mümmel. Kommt ihr alle zum Recyceln? Ja, genau. Wunderbar. Also los. Was macht Frau Mümmel da? All die alten, rostigen Autos recyceln. Wer kann mir sagen, wo die Flaschen reinkommen? In den grünen. Stimmt, genau. Und die Dosen in den blauen. Das stimmt, Pepper. Schorsch möchte die Zeitungen recyceln. Okay, Schorsch. Dann machst du die Zeitungen. So, das ist genug Recycling für heute. Ja, gehen wir nach Hause. Oh, wo ist unser Auto hin? Das Auto ist verschwunden. Zurücktreten. Frau Mümmel will das Auto recyceln. Stopp. Das ist unser Auto. Was? Ist das wahr? Ja. Unser Auto ist doch nicht alt und rostig. Wie dumm von mir. Ich liebe Recyceln eben. Ja, tun wir auch. Aber wir lieben auch unser kleines Auto. Ja, und unser kleines Auto liebt uns auch. Oder nicht? Der Spendenlauf. In letzter Zeit hat es viele Unwetter gegeben und nun ist das Schuldach undicht. Wo ernehmen wir bloß das Geld, um das Dach zu reparieren? Wir machen einen Spendenlauf. Was ist ein Spendierlauf? Man macht ein schönes Picknick und spendet Geld, um Leute laufen zu sehen. Und je mehr Geld man gibt, desto weiter laufen sie. Gute Idee, Papa Wutz. Wie weit können sie laufen? Was? Äh, also ich kann so weit laufen, wie sie möchten. Aber Papa, du kannst doch gar nicht so weit laufen. Unsinn. Ich bin doch Experte im Laufen. Gut. Möchte denn sonst noch jemand laufen? Nein, danke. Aber ich spende gerne, um Papa Wutz laufen zu sehen. Ich auch. Und ich. Exzellent. Dankeschön, Papa Wutz. Peppa und ihre Familie essen Spaghetti. Köstlich. Gibt es noch mehr Spaghetti? Papa Wutz, du hattest doch schon drei Portionen. Essen gibt mir Energie. Und ich brauche Energie für meinen Spendenlauf. Du musst für deinen Lauf aber auch noch trainieren. Wie wäre es, wenn ich heute das Essen trainiere und morgen trainiere ich das Laufen? Nein, Papa. Du musst sofort mit dem Lauftraining anfangen. Oh. Komm jetzt, Papa. Du bist. Haha. Das ist einfach. Es ist einfach, bergab zu laufen. Es ist schwer, bergauf zu laufen. Ich glaube, ich hätte besser nicht so viel Spaghetti gegessen. Der Tag des Spendenlaufs ist gekommen. Madame Gazelle hat eine Karte, die zeigt, wie weit Papa Wutz laufen muss. Wenn Papa Wutz es bis ihr in schafft. Bis zum Supermarkt. Dann bis ihr in. Zur Tankstelle von meinem Opa. Danach die ganze Strecke bis ihr in. Oh, Quetterstein. Dann haben wir bestimmt genug Geld zusammen, um das Dach reparieren zu lassen. Ich starte sofort. Achtung, fertig, los. Ich hab's geschafft. Jetzt können wir feiern. Dummer, Papa. Das ist doch bloß der Plan. Ja, genau. Und jetzt geht es los zur echten Burgwetterstein. Oh. Achtung, fertig, los. Hurra. Weiter so, Papa Wutz. Du kannst es schaffen. Weiter so, Papa Wutz. Du kannst es schaffen. Der Bus hat Burgwetterstein erreicht. Alle freuen sich auf das leckere Picknick. Wasser. Wasser. Was für ein schöner, heißer Tag. Und was für eine gemütliche Art an Geld zu kommen. Wasser. Wasser. Papa Wutz hat den Supermarkt erreicht. Vom Laufen ist er sehr durstig geworden. Komm, wir schauen mal durchs Fernrohr. Ich kann Papa sehen. Durch das Fernrohr scheint alles ganz nah. Oh, er läuft aber nicht gerade schnell. Papa Wutz ist bei Opa Clefs Tankstelle angekommen. Oh, das war's. Ich kann nicht mehr. Papa ist stehen geblieben. Oh. Mir scheint, hier ist heiß. Diese kleine Erfrischung wird dich abkühlen und dir wieder auf die Beine helfen. Hier, nimm ein Wassereis. Oh, danke dir, Opa Clef. Das ist fein. Ah, eine Wespe. Husch, husch. Schwirr bloß ab, du kleines Biest. Die Wespe möchte das Eis von Papa Wutz auch mal probieren. Nein, das hier ist mein Eis. Papa hat wieder angefangen zu laufen. Richtig schnell. Hurra. Huah. Schwirr ab. Schwirr ab. Sie können jetzt aufhören, Papa Wutz. Wir haben genug Geld zusammen, um das Dach zu reparieren. Huah. Papa Wutz hat die Wespe abgehängt. Gut gemacht, Papa Wutz. Und von all dem zusätzlichen Geld können wir jetzt auch noch einen neuen Schulbus kaufen. Danke sehr, Papa Wutz. Ho, ho. Von Herzen gern. Die Poppenklinik. Peppa, Schorsch und Luzi spielen im Garten mit ihren Lieblingsspielsachen. Schorsch hat Herrn Dinosaurier. Grrr. Luzi hat Pinguin. Und Peppa hat Teddy. Teddy, was wollen wir jetzt spielen? Wow, wow. Du willst den Hügel runterrollen? Okay. Jetzt hüpfen wir in Matschepfützen rum. Brr. 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 Was sagst du, Teddy? Du willst auch in die Matschepfützen hüpfen? Brr. Okay. Platsch, platsch, platsch. Peppa ist ausgerutscht und auf Teddy gefallen. Entschuldige, ich habe dich untergetaucht. Ist bei euch alles klar? Ja. Ja, Mama Wutz. Oh, Teddy, du siehst ja mitgenommen aus. Was meinst du damit? Teddy ist etwas schlammig. Oh, ich habe Pinguin mal in die Poppenklinik gebracht. Danach sah er wie neu aus. Was ist denn eine Poppenklinik? Da werden Kuscheltiere wieder heile gemacht. Sie werden gewaschen, wieder in Form gebracht und kriegen sogar neue Stimmen. Du bist meine beste Freundin. Luzi. Ich habe dich sehr lieb. Luzi. Boah. Mami, können wir Teddy bitte auch gleich in die Poppenklinik bringen? Das ist eine gute Idee. Da ist die Poppenklinik. Hallo, Frau Mömmel. Hallo, Peppa. Herzlich willkommen in der Poppenklinik. Hier machen wir aus Puppen wie dieser wieder Puppen wie diese. Oh. Hast du denn ein krankes Püppchen? Ja. Was ist das denn? Eine Maus oder ein Hund? Es ist ein Bär. Na, die haben sie aber ganz schön übel mitgespielt. Ah, und einen Dinosaurier. Kommen alle beide in die Klinik? Ja, bitte. Okay. Jetzt sag mal, kleiner Bär, was hast du denn angestellt, dass du so schmutzig bist? Teddy ist den Hügel runtergerollt, ist in Matschepfützen gesprungen und untergetaucht. Kein Wunder, dass du jetzt so aussiehst. Also wenn ich mit dir fertig bin, wird nicht mehr rumgerollt. Keine Matschepfützen mehr und kein Untertauchen. Aber genau diese Sachen mag Teddy am liebsten. Du bist mir ein bisschen zu schlapprig, aber mit Füllmaterial kann ich das hinkriegen. Was bedeutet das? Guck mal, dieser Elefant sieht ein bisschen traurig aus, aber ihm fehlt einfach nur Füllung. Teddy mag es gern schlapprig zu sein, aber vielen Dank, Frau Mimmel. Braucht der Dinosaurier etwas extra Füllung? Verstehe. Möchte Teddy neue Kleidung? Vielleicht diesen schicken Matrosenanzug? Aber Teddy ist doch ein Mädchen. Mädchen können auch Matrosen werden, Peppa. Ja, aber Teddy will keine Matrosine werden. Wie wär's mit Pilotin? Nein. Tiefseetaucherin? Nein. Oder vielleicht Prinzessin? Ich glaube, Teddy ist am glücklichsten ganz ohne Kleider. Vielen Dank, Frau Mimmel. Und was ist mit ein Dinosaurier? Nein. Meinetwegen. Braucht Teddy neue Augen? Augen sind das Fenster zur Seele, sagt ein altes Sprichwort. Was ist die Seele? Ah, das ist etwas kompliziert. Schaut mal diese Augen. Wir haben grüne Augen, blaue Augen, rote Augen oder diese Kulleraugen. Mit solchen Augen sieht das Seelending bestimmt komisch aus. Teddy braucht überhaupt gar keine neuen Augen. Vielen Dank, Frau Mimmel. Was ist mit einem Dinosaurier? Will er vielleicht neue Augen? Nein. Was sich Teddy sonst noch anbieten könnte, ist eine neue Stimme. Die Stimmen sind in diesen Plastikboxen. Man steckt sie in den Bauch. Hallo, ich hab dich lieb. Das ist aber gar nicht Teddys Stimme. Ich bin so glücklich. Ich will spielen. Das ist nicht Teddy. Du bist meine beste Freundin. Aber das ist die Stimme vom Pinguin. Du bist meine beste Freundin. Luzi. Herr Dinosaurier, möchten Sie eine neue Stimme? Warum frage ich überhaupt? Da bleibt also nur eins, was ich für deinen Teddy tun kann, und zwar ihn zu waschen. Nein, Teddy will auch nicht gewaschen werden. Okay, ich bin durch. Und die gute Nachricht ist, mit Teddy und Herrn Dinosaurier ist alles in Ordnung. Das ist wunderbar. Zahlen Sie bar oder mit Kreditkarte. Teddy, ich hab dich so doll lieb, wie du bist. Und das wird auch für immer so bleiben. Heute ist Wochenmarkt. Es gibt viele Stände mit frischen Lebensmitteln. Äpfel, Äpfel, Äpfel frisch vom Baum. Käse, stinke Käse. Fisch, ganz frischer Fisch. An jedem Marktstand gibt es nur eine Ware. Äpfel, Käse, Fisch. Am Marktstand von Herrn Fuchs gibt es alles. Violinen, Eiercreme, Raketenangriebe. Pepper will mit ihrer Familie auf dem Wochenmarkt einkaufen. Frische Äpfel. Wir würden gerne Äpfel bei Ihnen kaufen. Was für Äpfel möchtet ihr? Große, kleine, rote, grüne? Wir hätten sehr gern die allerleckersten Äpfel. Dann probier mal. Mh, sehr lecker. Eine Tüte sehr leckere Äpfel, bitte. Dankeschön. Käse, Käse. Yum, yum. Schorsch liebt Käse. Ich habe heute einen sehr würzigen Käse dabei. Sie sollten unbedingt mal daran schnuppern, Papa Wutz. Der Geruch des Käses hat Papa Wutz einfach umgehauen. Wow, also das nenne ich mal einen strengen Käse. Exquisit, nicht wahr? Yum, yum, yum. Schorsch liebt Stinkelkäse. Den möchten wir gerne kaufen. Natürlich. Dankeschön. Fisch, ganz frischer Fisch. Können wir bitte etwas Fisch bei Ihnen kaufen? Okay. Ich habe hier Forellen, Schelfisch, Makrillen und Tintenfisch. Was darf es denn sein? Die sehen alle gut aus. Dann nehmen Sie doch von jeder Sorte ein. Dann können Sie ein leckeres Fischeintopf machen. Fischeintopf, köstlich. Da bitteschön. Haben Sie vielen Dank. Fisch, Äpfel, Käse. Jetzt kommt der Stand von Herrn Fuchs. Bananen, Bohrmaschinen, Handtaschen. Ich verkaufe einfach alles. Was möchten Sie? Gar nichts. Dankeschön. Wir haben schon alles, was wir brauchen. Äpfel, Käse und Fisch. Warum sind Sie nicht zuerst zu mir gekommen? Das habe ich doch auch alles. Sie verkaufen Äpfel? Und wie? Schaust du sich mal diese Äpfel an? Die bestehen ganz aus Holz. Äpfel aus Holz? Pfiffig, oder? Meine Äpfel halten ewig. Was haben Sie denn noch gekauft? Käse. Käse? Ich habe hier alle Käsesorten der Welt. Die riechen aber nicht nach viel. Ja, weil Sie aus echtem Plastik sind. Sie sind aus Plastik? Ja, die Halte garantiert Ihr ganzes Leben lang. Kaufen Sie einen, nehmen Sie vier. Nein, vielen Dank, Herr Fuchs. Sie haben auch Fisch gekauft, wie ich sehe. Bei mir hätten Sie besseren bekommen. Auf Plastikfisch verzichten wir lieber. Das ist kein Plastik. Oder vielleicht doch. Aber dafür ist er ein tolles Spielzeug. Hören Sie mal. Er singt. Funger, Funger, kleiner Stern. Und er braucht nur 24 Batterien. Boah, der ist aber schön. Findet ihr nicht auch? Äh. Können wir den haben, Papa? Nein. Bitte. Dann kann er für uns den ganzen Tag sein schönes Lied singen. Es tut mir leid, Pepper. Aber wir brauchen zu Hause keinen singenden Fisch. Okay. Vielen Dank, Herr Fuchs. Aber wir haben wirklich alles, was wir haben wollten, gekauft. Es muss doch etwas geben, was Sie brauchen können. Wie wäre es mit dieser sehr kostbaren Vase aus China, die nie zerbricht? Weil sie nämlich aus Plastik ist. Die Vase ist ganz bezaubernd. Aber wir brauchen wirklich nichts mehr. Oh, es regnet. Ah, jetzt werden wir ja ganz nass. Kein Problem. Darf ich genau das Richtige? Regenschirme. Regenschirme. Die nehmen wir. Ja, vier Regenschirme, bitte. Am Marktstand von Herrn Fuchs gibt es alles. Sehen Sie, was für ein Glück, dass Sie bei mir vorbeigekommen sind. Ja, vielen Dank, Herr Fuchs. Und das Allerbeste ist, heute gilt, beim Kauf von vier Regenschirmen bekommen Sie einen singenden Fisch geschenkt. Oh, Suppi. Peppa liebt Wochenmärkte. Alle lieben Wochenmärkte. Das Haus von Madame Gazelle. Peppa und ihre Familie besuchen Madame Gazelle. Hallo, Madame Gazelle. Hallo, alle miteinander. Kommt rein, kommt rein. Ihr Flur ist eine richtige Rutsche, Madame Gazelle. Ist das extra so gebaut? Nein, das Haus ist einfach zu alt. Alles hier drin ist irgendwie krumm und ein bisschen schief. Ja, ja, heute ist alles krumm und schief. Aber es hat nicht immer so ausgesehen. Seit wann ist Ihr Haus denn so krumm und schief, Madame Gazelle? Oh, ich weiß nicht, seit einer Ewigkeit. Inzwischen hat es auch überall Risse bekommen. Hm, vielleicht sollte man Ihr Haus mal renovieren. Reicht es nicht, die Wände zu tapezieren und zu streichen? Dazu hat mir mein Handwerker geraten. Darf ich mir mal die Außenwände anschauen? Ja, was ist das? Ups, das ist mein kleines Weihnachtsbäumchen. Das ist doch nicht klein. Das ist groß. Es ist ja auch schon ein sehr alter Weihnachtsbaum. Es war einmal ein kleiner Babybaum mit einer Fee auf der Baumspitze. Als Weihnachten vorbei war, wollte ich ihn nicht wegschmeißen. Deshalb habe ich ihn in den Garten gepflanzt. Ihr Babybaum ist so sehr gewachsen, dass er das Haus einfach verdrängt. Darum ist jetzt das ganze Haus total krumm und schief. Oh je, aber was machen wir denn jetzt? Ich rufe Herrn Bulle an. Hallo? Herr Bulle. Hier steht ein großer Baum, den Sie sich anschauen müssen. Ich komme sofort. Also, wo steht denn dieser Baum? Hier steht er. Da haben Sie aber ein Prachtexemplar von Baum, Madame Gazelle. Starke Wurzeln. Ja, aber der Baum stößt bald das Haus um. Oh ja. Dann hauen wir ihn um. Oh je, mein armer Baum. Stopp. Da oben hat sich etwas im Baum bewegt. Es war bestimmt ein kleines Tier. In diesem Fall muss ich mir das anschauen. Bevor Herr Bulle den Baum fällen darf, muss er sicher gehen, dass kein Tier darin lebt. Aha. Herr Bulle hat ein Vogelnest gefunden. Nicht zu glauben. Da nisten kleine Vögelchen in Ihrem Baum, Madame Gazelle. Darf ich die Vögelchen auch mal sehen? Okay, Peppa. Dann müssen wir aber nach oben gehen. Oh, sind die aber niedlich. Ich glaube, weiter oben gibt's noch mehr zu sehen. Schaut euch das an. Zum Sebinchen. Ich schau mal, wer da noch ist. Aha, schaut euch das an. Es ist eine Eule. Oh, ich glaube, ich sehe da noch etwas. Es geht weiter aufwärts. Aha, Sie haben Fledermäuse, Madame Gazelle. Ah, die habe ich sehr gern, denn sie erinnern mich so an meine alte Heimat. Und was haben wir hier? Meinen Weihnachtsschmuck. Mit einer Fee. Die kleine Fee. Mit der habe ich vor all den Jahren die Baumspitze geschmückt. Das ist vielleicht ein herrlicher Baum und er ist für so viele kleine Tiere ein Zuhause. Ja, dieser Baum darf auf keinen Fall gefällt werden. Hurra! Moment, wenn der Baum bleibt, was wird denn aus meinem Haus? Naja, eines Tages wird das Haus umfallen. Aber ich brauche ein Haus zum drin wohnen. Oh. Ich habe eine Idee. Wir setzen ihr Haus einfach in den Baum. Herr Bulle, den Kran, bitte. Bin sofort da. Es ist ein Baumhaus. Ja, es ist einfach ganz wunderbar. Ich wollte nämlich schon immer gern in einem Baumhaus wohnen. Dankeschön, alle zusammen. Hurra! Madame Gazelle liebt Baumhäuser. Alle lieben Baumhäuser. Das Miniland. Mama und Papa Wutz machen mit Peppa, Schorsch und Luzi einen Ausflug ins Miniland. Peppa, was ist das Miniland? Es ist genau wie in unserer echten Welt, Peppa. Nur ist dort alles mini klein. Es ist lehrreich. Und macht wirklich Spaß. Ist es echt? Auch mit echten kleinen Menschen, die da drin leben? Nein, so kleine Leute gibt's nicht. Wenn in dem Land alles mini, mini klein ist, dann sind wir ja Riesen. Und wir dann so, hallo, ihr mini kleinen Leute. Und die dann so, ah, Riesen. Wann sind wir denn endlich da? Stopp! Was ist denn hier los, Herr Bulle? Alles ist bestens, Mama Wutz. Wir reißen hier nur die Straße auf. Wie lange wird das dauern? Genauso lange, wie es eben dauert. Aber wir wollten doch heute ins Miniland. Oh, ich mag das Miniland. Dort ist alles so mini. Und so lehrreich. Das ist wichtig. Weiter fahren. Dankeschön, Herr Bulle. Dankeschön. Stopp! Die anderen durften durch. Aber die fahren ja auch ins Miniland. Das ist wichtig. Willkommen im Miniland. Hier ist wirklich alles mini, mini klein. Und lehrreich ist es auch. Hier seht ihr eine Auswahl der weltberühmtesten Orte. Boah! Es sind exakte Abbildungen wirklich bekannter Bauwerke. Nur in viel kleiner. Ui! Hier ist Big Ben. Und gleich daneben ist der Eiffelturm. Er sieht genauso aus wie der echte. Und die Pyramiden, das Sydney-Opernhaus, die Freiheitsstatue und der Kreml. Aber in Wirklichkeit stehen all diese berühmten Bauwerke nicht in derselben Straße. Wirklich nicht? Tja, man lernt immer noch etwas dazu. Oh, schaut mal da. Das ist unsere Seenlandschaft. Oh, da sind ja lauter kleine Boote. Und da ist sogar eine kleine Frömmimmel. Boote, Boote, hier gibt es Boote. Ja, das ist einer meiner vielen Jobs. Das sieht genauso aus wie eine Pirateninsel. Und da sind auch die Piraten. Haha! Haha! Was war das? Saurier. Hier seht ihr das Land der Dinosaurier. So sah die Erde vor einer sehr langen Zeit aus, bevor es Häuser und Autos gab. Mäu! Das ist ein Tyrannosaurus Rex. Mäu! Oh! Und der da drüben ist ein Triceratops. Mäu! Der eine ist ein Pflanzenfresser und der andere ein Fleischfresser. Mäu! Seht nur, sie spielen miteinander, genau wie sie es früher gemacht hätten. Beeindruckend. Alles ist hier genauso, wie es vor vielen Millionen Jahren gewesen sein könnte. Vom Zug mal abgesehen. Alle einfach. Da sind sie ja schon wieder, Frau Mömmel. Als Lokführerin. Volle Kraft voraus. Und wohin geht's als nächstes? In unser modernes Miniland. Klickety-klack, klickety-kluck, auf Schienen fährt er zu. Tuff, 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 klickety-klack. Mäu! Hier ist es genauso wie bei uns zu Hause. Ja! Es gibt Häuser und Autos und Fügel und Bäume. Und Züge, Flugzeuge und Boote. Ja, hier ist was los. 24 Stunden ohne Pause. Oh, es ist kaputt. Nein, ist es nicht. Schaut mal da. Es ist ein kleiner Herr Bulle, der die Straße aufreißt. Das hat er auch gemacht, als wir hergefahren sind. Im Miniland ist alles so wie in der richtigen Welt. Bis ins kleinste Detail. Ja, reißt er die Straße auf. Der Karnevalsumzug. Peppa und ihre Familie möchten den Karnevalsumzug sehen. Hallo! Lucy Locke und Mia Maulwurf sind auch da. Hallo, Peppa. Wollt ihr auch den Karnevalsumzug anschauen? Ja, ich kann's kaum erwarten. Ich glaube, es wird fantastisch. Mit feuersparenden Drachen. Und fliegenden Zauberkünstlern. Hoffen wir, dass es wirklich so toll wird. Was ist das? Geht es schon los? Nein, das sind Leute, die die Straße reinigen, bevor der Umzug kommt. Oh, das klingt allerdings ziemlich gut. Sie benutzen Besen und Mülleimer, um Musik zu machen. Der Karnevalsumzug geht los. Hier kommen Herr Bulle und seine coole Band auf Opa Clefs Laster. Und da ist Herr Polly, der Optiker. Hallo! Guckt mal, Petrus auf dem Wagen. Hallo! Hallo, Petrus! Ich bin auch gern beim Umzug dabei. Ich auch. Oh, was ist das? Hallo! Wow, ein Boot, das über die Straße segelt. Es sind Käpt'n Clef und Klausi-Clef. Wuh, wuh! Wuh, wuh! Oh, schau, da ist ja auch Frau Mümmels Rettungshubschrauber. Aber wo ist Frau Mümmel? Frau Mümmel ist die Karnevalsprinzessin. Sie hat aber nicht viel zu tun. Habe ich recht? Das unterscheidet diesen von all ihren anderen Jobs. Wahrscheinlich ist sie froh, dass sie mal die Füße hochlegen kann. Hier kommt Mr. Kartoffel. Bitte begrüßen Sie hier unseren Freund, Mr. Kartoffel! Mr. Kartoffel hat einen großen Luftballon an sein Auto gebunden. Wow! Das ist bestimmt der größte Luftballon der Welt. Aufer, aufer, behält dich auf der Art. Mr. Kartoffel kommt heute in die Stadt. Oh je, das Band ist abgerissen. Ah, mein Ballon! Es ist okay, ich hab ihn. Wow! Er fliegt mit mir davon! Hilfe! Wir müssen den Rettungsdienst alarmieren. Hallo? Frau Mümmels Rettungsdienst hier. Mr. Kartoffel fliegt mit einem Luftballon davon. Hilfe! Hilfe! Ich bin schon unterwegs. Moment mal, mit all dem Zeug kann ich nicht zum Einsatz. Wer will Karnevalsprinzessin sein, solange ich mal eben jemand rette? Ich! 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 Dann mal los. Ich bin die beste Karnevalsprinzessin. Ich kann am besten herumkommandieren. Ich kann das ganz genauso. Ich sollte die Prinzessin sein. Denn ich kann am besten winken. Warum seid ihr nicht einfach alle drei Prinzessinnen? Na gut, dann trage ich die Krone. Ich sitze auf dem Thron. Und ich nehme den Umhang. Hilfe! 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 Mümmel startet, um Mr. Kartoffel zu retten. Ich fliege Sie am besten von unten an. Wow! Passt Sie auf! Ups! Entschuldigung, Mr. Kartoffel. Warten Sie! Ich steige höher! Frau Mümmel! Was ist denn Ihr Plan? Ich plane nie etwas. Ich mache es eigentlich immer so, wie es kommt. Autopilot aktiviert. Haben Sie einen schönen Tag. Der Autopilot steuert den Hubschrauber von ganz allein. Tschüss! Auf Wiedersehen! Also, wie kriegen wir jetzt diesen Ballon runter? Soll ich ihn anpiksen? What? Nein! Auf gar keinen Fall anpiksen! Oh, na gut. Dann löse ich den Knoten. Frau Mümmel will die Luft aus dem Ballon ablassen. Wartet Sie! Geschaffen! Frau Mümmel hat Mr. Kartoffel gerettet. Dankeschön! Hurra! Jetzt kann ich auch wieder die Karnevalsprinzessin sein. Wir haben ja bisher auch nur drei Karnevalsprinzessinnen. Das ist der beste Karneval aller Zeiten. Pepper liebt Karneval. Alle lieben Karneval. Das Kinderfest. Pepper und ihre Freunde sind im Kindergarten. Herr Bulle überprüft gerade das Hausdach. Oh! Wer hat denn dieses Dach hier gebaut? Ähm, Sie selber, Herr Bulle. Gute Arbeit. Das hält bestimmt eine Ewigkeit. Aber es tröpft ihr Wasser rein. Sehen Sie nur Tröpfe, die tröpfen? Sie brauchen ein neues Dach. Mon Dieu! Woher sollen wir denn nur das viele Geld für ein neues Dach nehmen? Wir machen ein Kinderfest und nehmen Geld ein. Gute Idee, Klausi. Aber wer organisiert das? Na, wir! Ja, wir Kinder können das machen. Ich kann gut Gesichter schminken. Und ich der Mikrofon. Und wir machen ein Mama-und-Papa-Rennen. Ich verkaufe Luftballons. Ja, wir machen ein Kinderfest. Hurra! Der Tag des Kinderfestes ist gekommen. Alle Eltern sind da. Hallo, Erwachsene! Klausi Kleff ist der Ansager. Spenden Sie Geld für unser schönes neues Dach. Emily Elefant hat einen Stand mit Trödelkram. Kommen Sie! Kommen Sie! Alles Mögliche an Trödelkram. Ganz schön viel Trödelkram, Emily. Es wird den ganzen Tag dauern, das zu verkaufen. Da kommt Herr Fuchs. Hm, das sieht ja sehr interessant aus. Luftballons! Spongeballons! Für Sie ein Luftballon, Madame Gazelle? Ich hätte gern einen roten. Wie viel macht das? Wie viel haben Sie denn? Och, natürlich. Wir brauchen das viele Geld doch für das Dach. Madame Gazelle, ich bin alles losgeworden. Wunderbar, Emily. Wie viel Geld hast du denn eingenommen? Ähm, Geld? Hast du denn kein Geld bekommen für deinen Trödelkram? Das wusste ich gar nicht. Herr Fuchs war hier und hat alles so mitgenommen. Lassen Sie sich Ihr Gesicht schminken. Luzi Locke hat einen Stand fürs Gesichterschminken. Hallo, Luzi. Kann ich bitte ein Bergleopard sein? Nein. Ich kann nur Obst schminken. Okay. Dann wäre ich gern... Eine Pflaume. Fertig. Peppa hat ein Tombola-Fass. Aufgepasst, reingefasst und Glück gehabt. Muuu. Hallo, Peppa. Hallo, Herr Bulle. Sie sind ja ganz grün im Gesicht. Ich bin ein Apfel. Oh. Möchten Sie auch bei der Tombola mitmachen? Gerne. Was muss ich tun? Ziehen Sie sich einfach einen Preis aus dem Fass. Jeder ist ein Gewinner. Herr Bulle hat ein Püppchen gewonnen. Muuu. Darf ich auch mal? Frau Mieze hat einen Bagger gewonnen. Oh. Wollen Sie nicht tauschen? Nein, danke. Herr Bulle und Frau Mieze mögen ihre Gewinne aus dem Tombola-Fass. Und jetzt aufgepasst. Freddy Fuchs veranstaltet das Mama-und-Papa-Rennen. Danke schön. Das viele Geld ist für unser schönes neues Dach. Ich bin ziemlich gut im Rennen. Es ist aber kein Rennen, Papa. Es ist Sackhüpfen. Oh. Du musst in diesen Sack reinsteigen und darüber hüpfen, klar? So schnell wie du kannst. Klar. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh. Sie sind hingefallen. Oh. Und schon sind sie wieder auf den Ball. Hurra. Papa, Papa. Na, Papa. Na, Papa. Weiter, Papa. Ja. Oh. Meine Mama hat gewonnen. Hop, hop. Hurra. Das hat Spaß gemacht, nicht wahr? Ja. Sehr viel Spaß. Aber wirklich, wir müssen den Kindern danken für ihre viele Arte Arbeit. Danke, Kinder. Und wir haben auch genug Geld zusammenbekommen für ein schönes neues Dach. Hurra. 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 Experimente mit Papa Wunsch. Es ist Spielzeit in Peppas Spielgruppe. Stopp. Aber Herr Bulle, was machen Sie denn mit unserem Spielplatz? Wir buddeln ihn auf. Herr Bulle liebt es zu buddeln. Hallo. Papa, warum bist du denn auch hier? Ich arbeite mit Herrn Bulle. Oh. Es sieht so aus, als würde Herr Bulle die Masterarbeit machen. Herr Bulle baut den Spielplatz nur. Ich mache die harte Arbeit, nämlich die Planung. Ah. Das funktioniert aber nur mit Wissenschaft. Das scheint mir sehr interessant zu sein, Papa Wutz. Ist es auch. Könnten Sie den Kindern vielleicht etwas von dieser Wissenschaft beibringen? Mit dem allergrößten Vergnügen. Fangen wir erst mal ganz simpel mit einem Experiment an. Was ist ein Experiment? Damit kann man herausfinden, was man vorher noch nicht genau wusste. Zum Beispiel, wie viele Kinder sind nötig, um Madame Gazelle hochzuheben? Ein. Einhundert. Zehnhundert. Das habt ihr jetzt alle nur geraten. Und was ist die Lösung? Keine Ahnung. Aber wir könnten ein Experiment machen, um es herauszufinden. Wer möchte versuchen, Madame Gazelle hochzuheben? Ich. Ich. Ich kann sie alleine nicht heben. Madame Gazelle ist zu schwer für ein Kind. Versuchen wir es mal mit zwei Kindern. Haruck. Sie ist wirklich sehr schwer. Auch zwei Kinder können Madame Gazelle nicht hochheben. Probieren wir es mal mit drei Kindern. Haruck. Hurra. Man braucht drei Kinder, um Madame Gazelle hochzuheben. Und das war jetzt Wissenschaft. Das macht Spaß. Dann probieren wir ein zweites Experiment. Ja. Baut doch mal einen Turm aus Baukötzen. Ja, sehr gut. Aber der Turm sieht ein bisschen wackelig aus. Was könnten wir tun, damit er weniger wackelt? Die großen Bauklötze kommen nach unten und die kleineren obendrauf. Fantastisch. Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Machen wir noch mehr Experimente? Aber ja. Wer verrät mir sein Lieblingsspiel? In Matschepampepfützen herumspringen. Und was brauchen wir, um eine Matschepfütze herzustellen? Erde und Wasser. Erde und Wasser. Miteinander vermischen und fertig ist die Matschepampe. Pepper, bitte teste die Pfütze. Die Pfütze ist zu trocken. Wir brauchen also noch mehr Wasser. Bitte spring noch einmal, Pepper. Die Pfütze ist genau richtig. Groß und matschig. Und matschepfützen herzustellen, ist ein bisschen so wie Beton zu mischen. Beton benutzen wir, um das Loch auf eurem Spielplatz aufzufüllen. Zuerst ist er noch ganz feucht und weich wie Matsche. Aber wenn er trocken wird, ist er hart wie ein Stein. Jetzt ist er noch weich und geschmeidig wie Kartoffelbrei. Schaut mir mal gut zu. Seht ihr, es ist wie im Moorbad. Wer kann mir denn nun sagen, was als nächstes passiert? Der Beton trocknet und wird hart. Ganz genau. Der Beton wird hart wie Stein. Ähm, Papa Wutz, ich würde sagen, Sie kommen schnell raus, bevor er trocknet. Kleinen Moment bitte noch, Herr Bulle. Ich unterhalte mich gerade mit den Kindern. Ja, schon, aber... Seht ihr, der Beton ist immer noch matschig. Ganz matschig. Jetzt schaut. Hart. Und all das verdanken wir der Wissenschaft. Und, Herr Bulle, äh, was wollten Sie mir gerade sagen? Ich habe versucht, Ihnen zu sagen, dass Sie besser herauskommen sollten, bevor der Beton hart wird. Papa Wutz steckt fest. Keine Sorge, Papa Wutz. Ich werde Sie schnell wieder befreien. Und wie? Ich werde den Spielplatz aufbuddeln. Papa Wutz wird nicht gern aus dem Beton gebuddelt. Aber allen anderen macht es Spaß. Die Höhlenwanderung. Heute unternehmen Peppa und ihre Familie eine Höhlenwanderung. Mia Maulwurf ist auch da. Hallo, Mia. Die Höhlenwanderung ist bestimmt total spannend. Ja. Ich freue mich schon auf die Schicksalsfahrt. Äh, Schicksalsfahrt? Was ist denn das? Keine Ahnung. Klingt aber gut. Hallo. Das ist Herr Löffel. Ich bin Ihr Höhlenführer. Bitte ziehen Sie Ihre Sicherheitshelme an. Ist es gefährlich in der Höhle? Überhaupt nicht. Folgen Sie mir auf unsere völlig harmlose Tour. Gut. Das ganze Gerede über die Schicksalsfahrt hatte mich etwas verunsichert. Ich bin Ihr Höhlenführer. Oh. Das ist Opi Mümmel. Stürzen wir uns in ein unvergessliches Abenteuer. Oh. Brauchen wir die Sicherheitshelme? Warum nicht? Hat irgendjemand damit Probleme, dass es gleich ganz tief nach unten geht? Von dunklen, engen Orten bin ich nicht gerade begeistert. Sie meinen wie eine Höhle? Und ich habe etwas Höhenangst. Verstehe. Haben Sie noch etwas auf dem Herzen? Schorsch und ich lieben aufregende Orte. Prima. Diese Höhle ist geradezu wahnwitzig aufregend. Los geht's. Diese Treppe führt uns direkt hinunter in die Höhle. Oh, das macht Spaß. Ja, es macht tatsächlich Spaß. Gut, dass wir gar nicht genau wissen, wie tief wir sind. Wir sind jetzt genau 100 Meter tief. Stellen Sie sich einmal vor, wie viele Tonnen Gestein sich mittlerweile über unseren Köpfen befinden. Ganz toll. Willkommen im Reich der Höhle. Oh. Es ist so prächtig und so glitzerig. Fantastisch. Schaut mal, da liegt ein kleines Boot. Alle Mann an Bord. Wisst ihr was? Weil diese Höhle so groß und wunderschön ist, fühle ich mich hier unten gar kein bisschen unwohl. Nun durchqueren wir diesen kleinen Tunnel. Oh. Es könnte ein bisschen eng werden. Tief einatmen. Oh. Und jetzt alle wieder raussteigen. Also, das war mir ein bisschen unheimlich. Keine Sorge. Das war der erste und letzte Tunnel. Gut. Wir müssen nur noch diese Schlucht überwinden. Oh, das wird sicher keine leichte Übung. Ja, die Schlucht ist schön tief. Passen Sie gut auf. Wie lange braucht dieser Stein, bis er unten am Boden ankommt? Boah. So. Und wie kommen wir jetzt nach drüben? Haben Sie schon einmal von der Schicksalsfahrt gehört? Mia Mauwuf hat gesagt, das wäre das Beste von allen. Äh. Was genau ist diese Schicksalsfahrt denn? Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Bloß eine Fahrt mit der Seilrutsche über die Schlucht und runter zum tiefsten Punkt der Höhle. Oh, yippie. Es macht wirklich Spaß und ist natürlich auch völlig ungefährlich. Ich habe es wirklich nicht so mit Höhen. Gibt es nicht noch einen anderen Weg um... Wir sehen uns auf der anderen Seite. Wartet auf mich. Also wenn das nicht der verrückteste Spaß der Welt ist, dann weiß ich wirklich nicht. Ha, 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 ha. Es war superklasse. Hat es dir auch Spaß gemacht, Papa? Ja, klar. Hier am tiefsten Punkt der Höhle ist unsere Wanderung zu Ende. Noch Fragen? Ähm, wie kommen wir wieder hinaus? Oh, gute Frage. Wir nehmen den Aufzug. Da wären wir. Wieder an der Erdoberfläche. Ah, Tageslicht. Wollen Sie ein Andenken kaufen? Guckt mal, da ist ein Bild von uns auf der Schicksalsfahrt. Papa, du siehst lustig aus. Hiermit werden Sie Ihre Schicksalsfahrt nie wieder vergessen. Na, schönen Dank auch. Peppa liebt Höhlenwanderungen. Alle lieben Höhlenwanderungen. Recyceln. Herr Bulle, der Müllmann, leert die Mülltonne aus. Es ist früh am Morgen, deshalb versucht Herr Bulle so leise zu sein, wie er nur kann. Aber Herr Bulle ist nicht besonders gut im Leise sein. Peppa und Schorsch sind gerade mit dem Frühstück fertig. Was ist das für ein Lärm? Das ist Herr Bulle, der Müllmann. Hallo, Herr Bulle. Hallo zusammen. Muss wieder los. Haufen weiße Müll zusammen. Tschüss. Tschüss. Herr Bulle hat unseren Mülleimer ausgeleert. Gut, der Frühstückstisch muss abgeräumt werden. Können wir mithelfen, Mama? Ja, natürlich. Ich werfe diese leere Flasche in den Mülleimer. Peppa, stopp. Was ist? Wir werfen Flaschen nicht in den Mülleimer. Die kann man recyceln. Was bedeutet das? Alles, was wir nicht mehr gebrauchen können, werfen wir in den Mülleimer für Herrn Bulle. Aber all das, was man wiederverwerten kann, kommt in diese Sortierkörbe. Der rote ist für Zeitungen, der blaue ist für Blechdosen und der grüne ist für Flaschen. Peppa, du hast eine Flasche. In welchen Korb kommt die also? Ähm, in den grünen. Ja. Das macht Spaß. Jetzt ist Schorsch dran. Findest du eine Zeitung für den roten Korb? Schorsch möchte Papa Wutz Zeitung recyceln. Hoho, ich bin aber noch nicht ganz fertig mit meiner Zeitung, Schorsch. Du kriegst die in einer Minute. Ist ja gut. Hier, bitte sehr, Schorsch. Zeitungen kommen in den roten Korb, Schorsch. Jetzt haben wir so viele Sachen gesammelt. Jetzt gehen wir zum Wertstoffhof. Hurra, auf geht's. Mama Wutz hat die Flaschen, Peppa hat die Blechdosen und Schorsch hat die Zeitungen. Sind alle soweit? Ja, Papa Wutz. Dann geht's los. Recyceln, recyceln, wir fahren recyceln. Blechdosen, Flaschen, Zeitungen. Recyceln, recyceln, wir fahren recyceln. Das ist der Wertstoffhof von Frau Mümmel. Wir sind da. Hurra. Hallo, ihr da. Hallo, Frau Mümmel. Kommt ihr alle zum Recyceln? Ja, genau. Wunderbar. Also los. Was macht Frau Mümmel da? All die alten, rostigen Autos recyceln. Boah. Wer kann mir sagen, wo die Flaschen reinkommen? In den grünen. Stimmt, genau. Und die Dosen in den blauen. Das stimmt, Peppa. Schorsch möchte die Zeitungen recyceln. Okay, Schorsch, dann machst du die Zeitungen. So, das ist genug Recycling für heute. Ja, gehen wir nach Hause. Oh, wo ist unser Auto hin? Das Auto ist verschwunden. Zurücktreten. Frau Mümmel will das Auto recyceln. Stopp, das ist unser Auto. Was? Ist das wahr? Ja. Unser Auto ist doch nicht alt und rostig. Wie dumm von mir. Ich liebe Recyceln eben. Ja, tun wir auch. Aber wir lieben auch unser kleines Auto. Ja, und unser kleines Auto liebt uns auch, oder nicht? Das Wohnmobil. Peppa und Schorsch sind sehr aufgeregt, denn heute geht's in die Ferien. Oh, wo ist Papa? Er hat eine ganz besondere Überraschung für euch. Was ist das? Das ist ein Wohnmobil. Wir haben es für den Urlaub ausgeliehen. Dieses Wohnmobil hat einfach alles. Mit dem Knopf hier bedient man den Wasserhahn. Und mit diesem Knopf macht man den Fernseher. Und wozu ist dieser Knopf gut? Ich bin mir nicht sicher. Wir drücken ihn besser nicht, bevor wir es wissen. Sind alle startklar für unsere Urlaubsreise? Ja, Mama Wunsch. Dann geht's los. Wir fahren in die Ferien in unserem Wohnmobil. Hm, diese Karte ist etwas schwierig. Papa, wir dürfen uns nicht verfahren. Keine Sorge, Peppa. Ich bin Experte im Kartenlesen. Oh, das ist seltsam. Doch verfahren? Äh, ja. Da kommt Opa Kleff mit Klausi Kleff. Hallo, Peppa. Hallo, Klausi. Wir haben uns verfahren. Wieso? Ist denn euer Navi kaputt? Na, wie? Du fährst doch das Wohnmobil T3200. Da ist dein Navi serienmäßig. Willkommen im Fahrzeug der Zukunft. Ah, dafür ist also dieser Knopf da. Wohin soll die Fahrt heute gehen? Das Wohnmobil kann ja sprechen. Ganz schön clever, oder? Die Computerstimme hilft euch, den Weg zu finden. Aber woher weiß sie denn überhaupt, wohin wir wollen? Du sagst es ihr. Ähm, hallo, liebe Frau Wohnmobil. Hallo. Wir wollen in die Ferien fahren. Kannst du uns den Weg sagen? Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Danke für deine Hilfe, Opa Kleff. Aber gerne. Genießt eure Ferien. Wir wollen in die Ferien in unserem Wohnmobil. Achtung, Achtung. Das Öl ist fast leer. Was ist Öl? Öl hilft dem Motor zu laufen wie geschmiert. Und ist das Öl denn jetzt schon weg? Nein. Diese Warnungen kommen immer lange im Voraus. Das Öl ist jetzt leer. Ach, herrje. Zum Glück habe ich noch eine Dose Öl als Reserve dabei. Sehr gut, Papa Wutz. Wir füllen einfach das Öl in den Motor und dann... Oh. Was ist los? Hier ist überhaupt nichts drin. Der Motor ist weg. Da kommen Frau Locke und Luzi Locke. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Wir haben unseren Motor verloren. Euren Motor verloren? Ja, erst wie vom Erdboden verschluckt. Ich würde ja gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung von Motoren. Vielleicht irre ich mich aber genau genommen. Sieht dieses Teil hier wie ein Motor aus. Ach ja, gut beobachtet, Frau Locke. Das Wohnmobil hat seinen Motor hinten. Fein. Das sollte genügen. Danke sehr, Frau Locke. Gern geschehen. Und genießt eure Urlaubstage. Wann sind wir denn endlich da? Fahren Sie den nächsten Hügel hinauf. Dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Hurra. Schlafenszeit. Wo schlafen wir denn? Mama Wutz und ich schlafen hier auf diesem Bett. Und ihr zwei schlaft dort oben. Aber da oben ist doch gar nichts. Ho, ho. Schaut mal her. Das Wohnmobil kann sein Dach ausfahren. Im Wohnmobil wohnen wir genauso wie zu Hause. Während der Ferien ist es ja auch unser Zuhause. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Gute Nacht. Schwimmen. Peppa und ihre Familie gehen schwimmen. Papa Wutz trägt seine Badehose. Mama Wutz trägt ihren Bikini. Peppa trägt ihren Badeanzug. Beeil dich, Schorsch. Wir warten schon alle. Schorsch trägt seine Badehose. Peppa, Schorsch. Papa zieht euch noch eure Schwimmflügel an. Hier, Schorsch. Mit den Schwimmflügeln siehst du schon groß aus. Jetzt ich. Gut, jetzt können wir ins Wasser gehen. Hurra. Schorsch ist zum ersten Mal im Schwimmbad. Steck doch erst mal einen Fuß ins Wasser. Vielleicht solltest du mal den anderen Fuß probieren. Vielleicht sollte Schorsch einfach beide Füße nehmen. Gute Idee. Gut gemacht, Schorsch. Aber vielleicht könntest du weniger rumspritzen. Da kommt Luisa Löffel mit ihrem kleinen Bruder Linus Löffel. Hallo, Luisa. Hallo zusammen. Linus, halt dich am Brett fest. Dann kannst du den Beinschlag üben. Schorsch, möchtest du auch Beinschlag üben? Hoho, sehr gut. Aber versuch nicht so zu spritzen. Große Kinder spritzen nicht. Wir können schon sehr gut schwimmen. Wenn Schorsch und Linus älter sind, können sie bestimmt genauso gut schwimmen wie wir. Nicht wahr, Luisa? Ja. Linus hat eine Spielzeug-Gießkanne. Lass das, Linus. Oh je. Linus hat seine Gießkanne ins Wasser fallen lassen. Tut mir leid, Linus. Ich komme nicht dran. Sie ist viel zu tief unten. Mami. Ich kann unter Wasser nicht schwimmen. Noch nicht mal ich kann unter Wasser schwimmen. Hm. Halt bitte mal meine Brille, Mama Wutz. Hier, bitte schön. Gut gemacht, Papa Wutz. Ich kann schon ganz gut unter Wasser schwimmen. Die Gießkanne ist doch für Babys. Dürfen wir jetzt vom Sprungbrett springen? Tut mir leid, Peppa. Die Sprungbretter sind nur für die Großen. Oh. Macht euch nichts draus. Ihr könnt zugucken, wie ich springe. Dummer, Papa. Dein Bauch ist doch zu dick. Hoho, Unsinn. Als ich jung war, habe ich beim Springen Preise gewonnen. Aber das ist doch schon eine Weile her, Papa Wutz. Zum Glück habe ich mich stark und fit gehalten. Bitte halt meine Brille, Mama Wutz. Ihr habt eine bessere Sicht, wenn ihr von der Seite aus zuseht. Bitte spritzt uns nicht mit Wasser nass, Papa. Natürlich spritze ich euch nicht nass, Peppa. Ich glaube, ich brauche ein höheres Brett. Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz. Ja, spritzt uns nicht nass, Papa. Hoho, keine Sorge, Peppa. Bitte spritzt uns bloß nicht nass, Papa. Ich habe doch gesagt, dass ich nicht spritze. Schlauer, Papa. Gut gemacht, Papa Wutz. Mein Handtuch brauche ich nicht. Ich habe einen besonderen Trick, mich zu trocknen. Papa Wutz hat alle mit Wasser nass gespritzt. Papa Wutz. Entschuldigt bitte alle. Der Fahrradausflug. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Peppa und Schorsch frühstücken gerade. Heute ist ein guter Tag für einen Fahrradausflug. Ein Fahrradausflug. Juppie. Peppa und Schorsch lieben es, Fahrrad zu fahren. Peppa hat ihr Fahrrad. Schorsch hat sein Dreirad. Mama und Papa haben ihr Tandem. Was ist das? Das ist unser Fahrrad. Ich sitze hier vorne und Mama Wutz sitzt da hinten. Und wir können noch diese Sitze dran machen für Peppa und Schorsch. Aber wir möchten lieber mit unseren eigenen Rädern fahren. Schorsch ist ein bisschen zu klein. Seine Beine werden sehr schnell müde. Aber ich bin ein großes Mädchen und werde nicht müde. Es wird ein langer Ausflug, Peppa. Bist du sicher? Ja, Papa. Ganz sicher. Na gut. Sind alles soweit? Ja, Papa Wutz. Dann geht's los. Ui, ich gewinne. Das ist doch kein Rennen, Peppa. Das ist ein gemütlicher Fahrradausflug. Ja, Papa. Aber ich gewinne immer noch. Jetzt gewinnen wir aber. Ich mag es nicht, bergauf zu fahren. Peppa, wir haben gewonnen. Nein, habt ihr nicht, Papa. Ich habe ja diesmal gar nicht mitgemacht. Aber jetzt wieder. Mich kriegt ihr nicht. Haha, du freches kleine Schweinchen. Hallo Enten. Wir machen einen Fahrradausflug. Hallo Enten. Ach, ich hatte vergessen, wie sehr ich Fahrradfahren liebe. Oh, ich hatte vergessen, wie sehr ich es hasse, bergauf zu fahren. Das Gelände ist ziemlich steil. Ich mag es nicht, bergauf zu fahren. Aber seht doch mal die schöne Aussicht. Oh, du liebe Güte, ist das anstrengend. Mama Wutz, du trittst ja gar nicht. Oh, entschuldige, Papa Wutz, ich habe die Aussicht genossen. Peppa und ihre Familie sind oben auf dem Hügel angekommen. Alle Freunde von Peppa sind auch da. Hallo Peppa. Hallo. Wir wollen mit unseren Rädern ein Rennen machen. Peppa, fährst du beim Rennen auch mit? Oh ja, aber nur, wenn wir bergab fahren. Ja gut. Peppa und ihre Freunde machen ein Wettrennen den Hügel hinab. Seid ihr alle fertig? Fertig. Ihr fahrt los, wenn ich hiermit hupe, wie jetzt. Petro ist zu früh losgefahren. Stopp, Petro. Das Rennen hat noch nicht angefangen. Entschuldigung, Herr Wutz. Ich wollte euch doch nur zeigen, wie die Hupe klingt. Nämlich so. Hui. Stopp, stopp. Entschuldige, Petro. Diesmal war es mein Versehen. Wenn ich jetzt das nächste Mal hupe, könnt ihr los. Hat er gesagt los? Ich glaube ja. Los, los, los. Fahr los, Peppa. Aber Papa, du hast doch noch gar nicht gehupt. Klausi Klepp fährt vorne weg. Wartet auf mich. Hui. Ich gewinne. Gut gemacht, Peppa. Ja, ich bin sehr gut im Bergabfahren. Für Peppas Freunde wird es Zeit, nach Hause zu fahren. Wiedersehen, Peppa. Wiedersehen. Für uns wird es auch Zeit, Peppa. Mami, ich bin aber müde. Das ganze Bergauf- und Bergabfahren hat meine Beine ganz müde gemacht. Darf ich bei euch mitfahren? Aber wo soll Papa Wutz dann sitzen? Ähm, Papa kann mein Rad haben. Es ist sehr schön. Oh, na gut. Ich liebe das Tandem. Papa, magst du mein Fahrrad auch? Ja, Peppa. Es ist sehr schön. Der Seetest. Peppa und Schorsch spielen mit Pedro Pony. Sie hüpfen in Matschepfützen. Pedro ist ausgerutscht. Seine Brille ist runtergefallen. Wo ist meine Brille geblieben? Ohne Brille kann Pedro nicht so gut sehen. Schorsch hat Pedros Brille gefunden. Oh. Dummer Schorsch. Hier ist sie wieder. Dankeschön. Pedro, warum trägst du eigentlich eine Brille? Ich brauche sie. Der Optiker hat das gesagt. Was ist ein Optiker? Mein Vater ist Optiker. Er guckt nach, ob du gut sehen kannst. Aber wie? Kann er in deinen Kopf schauen? Er macht einen Seetest. Soll ich mal deine Augen testen? Ja, wir machen einen Seetest. Wird gemacht. Hm, interessant. Mach ein Auge zu und sag, was du siehst. Ich sehe da Schorsch. Beide Augen bitte zumachen. Jetzt sehe ich gar kein bisschen mehr. Hm, gar kein bisschen mehr. Alles sehr interessant. Ich schätze, du brauchst eine Brille. Oh, wirklich? Ja. Pedro, wir fahren. Wiedersehen, Pedro. Nein. Wiedersehen. Mama, ich brauche eine Brille. Was? Pedro hat meine Augen getestet. Und ich brauche eine Brille. Ich glaube, deine Augen sind gut. Nein, Mama. Wenn ich meine Augen zumache, dann kann ich gar nichts sehen. Aber niemand kann sehen, wenn er die Augen geschlossen hat. Oh. Wer meint, er braucht einen Seetest? Pedro weiß alles über Seetests. Sein Vater ist Optik hier. Abgemacht, Peppa. Wir gehen zum Optiker und du machst einen Seetest. Gehen wir sofort? Schorsch, willst du auch einen Seetest machen? Nein. Peppa ist beim Optiker. Nee. Der Optiker ist Herr Pony. Hallo, Peppa. Bitte nimm Platz. Und, was kann ich für dich tun? Ich möchte bitte einen Seetest machen. Aber gern. Setz diese Spezialbrille auf und dann schau auf die Tafel. Herr Pony testet Peppas Seekraft. Kannst du mir bitte diese Buchstaben vorlesen? Ja, gern. Ähm, A, B, C, D, E, F. Gut. Und jetzt die Zahlen bitte. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sehr gut. Und jetzt bitte diese Farben. Rot, grün, orange, blau, gelb, lila. Exzellent. Möchtest du ein paar Brillen anprobieren, solange ich den Test auswerte? Ja, gern. Was sagst du zu dieser hier, Peppa? Die ist witzig. Finde ich auch. Und was sagst du zu der? Die ist viel zu groß. Was ist mit dieser? Ui, die mag ich ganz doll, Mama. Ja, Peppa, du siehst fantastisch aus. Ich seh fantastisch aus. Gute Neuigkeiten. Peppas Seekraft des Bestens. Oh, also brauche ich gar keine Brille? Nein. Aber ich würde gerne eine Brille tragen. Oh. Oh. Hm. Ich schlage vor, du nimmst einfach eine Sonnenbrille. Ja, eine Sonnenbrille. Hier, bitte sehr. Fantastisch. Die Sonne soll jetzt jeden Tag scheinen. Dann kann ich immer meine Sonnenbrille anziehen. Der Piratengeburtstag. Geburtstag. Klausi Kleff hat heute Geburtstag. Und er macht eine Party. Ha, ha, ha. Alle sind als Piraten verkleidet. Ho, ho, ho. Pedro Pony ist als Cowboy verkleidet. Hüya. Aho, ha, ha. Ha, ha. Aho, ha. Aho, ihr Landraten. Das ist Opa Kleff, verkleidet als Pirat. Hallo, Opa Kleff. Nenn mich Captain Kleff. Hallo, Captain Kleff. Welchen von euchs kaputt gebeutelten Piraten dürstet es nach gehörigem Klabauta auf Rauersee? Warum redet er so komisch? Hö, hö, das ist Piratensprache. Wer von euch feiern will wie ein Pirat, sagt Harrrr. Harrrr. Ist es ein gefährliches Spiel? Nein, Pedro. Opa Kleff hat mir versprochen, dass es ein ganz harmloses Spiel ist. Oh. Aber es wird aufregend. Also spielt ihr mit? Harrrr. Dann lauscht meinem Plan. Einst hatte ich einen großen Haufen Gold rechtmäßig gestohlen, aber ich wurde beraubt von einem Captain Wuck. Was? Piratensprache ist ein bisschen schwer zu verstehen. Captain Wuck, Stahl meinen Schatz. Oh. Wisst ihr, Captain Wuck ist ein furchterregender Pirat. Einige von euch kennen ihn unter seinem Decknamen. Opa Wutz. Ah, Opa Wutz. Der Plan ist, aus Captain Wucks Versteck meinen Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hurra. Alle sind begeistert davon, Pirat zu spielen. Hallo, Opa Wutz. Wir sind unterwegs. Vortrefflich. Vortrefflich. Opa Wutz und Polly Piepmatz bewachen den Piratenschatz. Möge die schwarze Galeone schnell und der Rückenwind mit uns sein. Was heißt das denn? Alle Mann zum Boot. Ho, ho, ho. Ja. Und stopp. Zieht eure Schwimmwesten an. Auf dem Boot von Opa Clef müssen alle Kinder eine Schwimmweste tragen. Dieser lausige Captain Clef sollte längst hier sein. Hier ist eine schöne Tasse Tee, Opa Wutz. Oh, danke, Opa Wutz. Na, endlich. Sind jetzt alle soweit. Herr Captain Clef, ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Und ich. Wo bleiben die denn so lange? Hallo, Opa Clef? Ich dachte, ihr wärt schon längst unterwegs. Ja, ja, wir sind fast da. Ich musste nur noch die Mannschaft zusammentrommeln. Ankerlichten! Volle Segel! Allein Captain Clef! Die Raten sind wir hier. Und stechen wir in See. Und holen uns den Schatz. Man schau, ahoi, juchzen. Land in Sicht! Die Kinder sind am Garten von Opa Wutz angekommen. Der Plan ist, den Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hip, hip, hurra, Piraten! Psst, Mama! Ich hoffe, dass keine Piraten hier sind. Die haben es nämlich auf meinen schönen Schatz abgesehen. Peppa und ihre Freundin holen den Schatz, ohne erwischt zu werden. Es sind Schokoladenthaler. Alle lieben Schokoladenthaler. Lecker, lecker, lecker! Aha! Hab ich dich! Opa Clef ist erwischt worden. Du wolltest mir wohl meinen Schatz klauen, Schurke! Das ist meiner. Ich hab ihn rechtmäßig gestohlen. Oh nein, hast du nicht. Doch, hab ich wohl. Danke, Käpt'n Wuck und Käpt'n Clef, für das schöne Piratenspiel. Oh, bitte. Gern geschehen. Äh, oh ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Klausi! Das ist der beste Piratengeburtstag von allen. Prinzessin Peppa. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Oma und Opa Wutz kommen zum Abendessen. Hallo. Hallo. Wo sind Peppa und Schorsch? Schlafen schon. Oh, ich wollte sie so gern noch sehen. Darf ich mal reinschauen? Na gut, Oma Wutz. Aber sei ganz leise. Oma Wutz! Oma, los! Hallo, meine Liebchen. Ihr solltet doch schlafen. Erzähl uns eine Geschichte. Also gut. Aber nur, wenn ihr versprecht, dass ihr gleich wieder einschlaft. Wir schlafen erst nach der Geschichte. Na schön. Also es war einmal ein... Ein kleiner Junge. Der hieß Pedro Pony und der fand eine Zauberbohne. Oh, ja. Also, Pedro pflanzte die Bohne ein und daraus wuchs eine riesige Bohnenranke, die bis zum Himmel reichte. Ganz genau. Pedro kletterte an der Ranke nach oben und fand dort... Einen schrecklich großen Riesen. Aber den will ich nicht. Ich will eine Prinzessin. Oh, ja. Da fand er die wunderhübsche Prinzessin Peppa. Und Sir Schorsch, den tapferen Ritter. Und ein Koch, der kochte das leckerste Essen der Welt. Mama Wutz, Papa Wutz und Opa Wutz warten mit dem Essen. Ich sehe mal nach, wo Oma Wutz bleibt. Und was kommt jetzt in der Geschichte? Ungezogene Oma Wutz. Du hast sie geweckt. Wir schlafen ja wieder ein, wenn die Geschichte fertig ist, Opa Wutz. Ich bin gut im Fertigerzählen, Oma Wutz. Du kannst runtergehen. Ich komme gleich nach. Da ist ein Junge, eine Bohnenranke, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter und ein Koch mit dem leckersten Essen der Welt. Und als sie mit dem leckeren Essen fertig waren, schliefen alle ein. Ende. Und alle wachten wieder auf und dann kam ein Zauberer. Ein Zauberer? Ja, ein Zauberer. Der macht eine große Zaubershow. Ah, aber... Dann kam auch noch ein schrecklicher Drache. Oma Wutz, Mama Wutz und Papa Wutz warten immer noch mit dem Essen. Diese Gute-Nacht-Geschichte scheint nicht zu wirken. Ich bin hier der Experte für Gute-Nacht-Geschichten. Bei mir schlafen sie nullkommanichts. Ah, ein schrecklicher Drache. Peppa, Schorsch, ab ins Bett. Aber Opa ist doch noch nicht mit der Geschichte fertig, Papa. Die erzähle ich zu Ende. Ich komme in einer Minute. Also, da ist ein Junge, eine Bohnenranke, ein Schloss, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter, ein Koch, ein Zauberer und ein schrecklicher Drache. Krass. Und ein sehr hungriger König. Sie speisten alle zusammen und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende. Und dann gab es eine Party. Hopp. Mit all ihren Freunden. Ha, 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 ha. Papa Wutz. Sie schlafen doch schon fast. Danke. Ich übernehme das hier. Du musst die Geschichte zu Ende erzählen, Mama. Dann aber schnell. Also, wo wart ihr denn? Es war einmal in uralten Zeiten vor sehr langer Zeit. Mama Wutz ist aber schon ziemlich lange da oben. Ich höre schnarchen. Na, endlich. Peppa und Schorsch schlafen jetzt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende. Peppa, Schorsch. Sch, Mama ist eingeschlafen. Ich glaube, Prinzessin Peppa ist die beste Gute-Nacht-Geschichten-Erzählerin. Na klar, das bin ich. Zahlen. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Hallo, Kinder. Heute lernen wir gemeinsam alles über die Zahlen. Weiß jemand von euch, wofür Zahlen da sind? Sind Zahlen nicht zum Zählen da? Ja, Peppa. Wer von euch kann denn schon zählen? Ich, 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 ich. Ich. Okay, Pedro. Ähm, eins, zwei, drei, vier. Pedro hat bis vier gezählt. Gut gemacht, Pedro. Kann jemand schon weiter zählen als bis vier? Ich, ich, ich. Luisa. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Luisa hat bis sieben gezählt. Gut, ausgezeichnet, Luisa. Madame Gazelle? Ja, Molly? Meine Mama kann bis zehn zählen. Boah. Ja. Nach sieben kommt acht, neun, zehn. Acht, neun, zehn. Sehr gut. Es ist Spielzeit. Luisa Löffel, Zoe Zebra, Luzi Locke und Peppa spielen Gansalchen springen. Ich mag Sand. Ich mag Meer. Ich sag, Luzi, komm zu mir her. Ich mag Ping. Ich mag Pong. Ich sag, Zoe, du auch jetzt komm. Ich weiß, was wir machen, wer von uns am längsten springen kann. Ich zähle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zoe gewinnt. Hurra. Hurra, hurra. Pedro, möchtest du auch mit Seilchen springen? Nein, danke, Peppa. Ich mache Hula-Hoop. Drulla, rulla, drulla, rulla, drulla, rillerei. Hula-Hoop, hula-hoop. Eins, zwei, drei. Oh. Wie viele Runden kannst du, ohne zu stoppen? Eine Million und drei. Boah. Das ist oft. Los, wir zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das waren acht. Ich bin geradezu müde. Den Rest mache ich später. Kannst du Hula-Hoop, Emily? Ich habe da so meine ganz eigene Art. Emily Elefant kann Hula-Hoop mit ihrem Rüssel. Hurra. Das waren bestimmt schon 100. Schorsch will gerne bockspringen. Schorsch liebt bockspringen. Also bockspringen für alle. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Die Spielzeit ist vorbei. Madame Gazelle, wir können jetzt alle bis zehn zählen. Sehr, sehr gut. Aber dafür müssen wir alle spielen. Natürlich. Linus, Edmund, bitte holt das extra lange Springseil. Hallo. Ich möchte Peppa und Schorsch abholen. Papa, du bist zu früh. Oh. Nicht so schlimm. Sie können ja mitspielen. Oh, gerne. Seid ihr alle fertig? Fertig. Zählen bis zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh, Sie sehen schlapp aus, Papa Wutz. Ich bin fit. Ich könnte bis 100 springen. Gute Idee, Papa Wutz. Bis 100. Lieber bis 20. Na gut, bis 20. 11, 12.